Gewisse Chemikalien können sich wie bei allen Rohrleitungsmaterialien schädlich auf CPVC auswirken. Genau wie Stahlrohre durch Wasserkontakt rosten, können sich manche Materialien negativ auf die Langlebigkeit von CPVC auswirken. Gelegentlich findet man diese Chemikalien in gewissen Baumaterialien wie Gewindedicht-, Frostschutz- oder Brandschutzmitteln. Drei Hauptfaktoren können die Leistung von CPVC beeinflussen. Chemische Stoffe in Kontakt mit dem Rohr, mechanische Belastung infolge von Innendruck und Installation sowie die allgemeine Qualität des Rohres, darunter auch die Basiseigenschaften sowie Fertigungs- und Transportverfahren. Zahlreiche äußerst aggressive Chemikalien können trotz hoher Qualitätsstandards und ordnungsgemäßer Installation von Rohren Probleme verursachen. Wenn Rohre aufgrund einer nachlässigen Installation, wie beispielsweise einem zu starken Anziehen von Rohrschellen, einer starken Spannung ausgesetzt werden, verursachen sogar weniger aggressive Chemikalienprobleme, indem sie für eine höhere Überbeanspruchung sorgen. Die Kompatibilität von Materialien, die mit Ihrem CPVC-System in Kontakt kommen, muss überprüft werden, um eine langfristige Leistung der Rohre zu gewährleisten. Diese Probleme lassen sich durch eine entsprechende Aufklärung und Kommunikation mit allen auf der Baustelle vertretenen Gewerben entschärfen. Gebührende Sorgfalt sollte bereits in der Planungsphase für den jeweiligen Job beginnen und mit einer gründlichen Arbeitspraxis fortgesetzt werden. Richten Sie sich beim Rohrsystem wie immer nach den Installationsanweisungen des Herstellers. Aus diesem Grund hat Lubrizol, das seit über 50 Jahren Branchenführer ist, das FBC-Systemkompatibilitätsprogramm eingeführt. Dieses Programm trifft nur auf unsere Marken zu und ermöglicht eine sichere Entscheidungsfindung bei der Wahl von Baumaterialien, die mit CPVC-Produkten der Marken Flowguard Gold, Blazemaster oder Corsan kompatibel sind. Folglich haben Auftragnehmer, Installateure und Techniker ungehindert Zugriff auf eine Datenbank mit Produkten, die chemisch kompatibel mit den CPVC-Rohrprodukten von Lubrizol sind. Zusatzinformationen über die chemische Kompatibilität und das FBC-Systemkompatibilitätsprogramm finden Sie auf unserer Website unter www.fbcsystemcompatible.com.